Hallo zusammen, hier ist wieder heute Land, heute bin ich wieder für euch in der Warwolf Inn unterwegs und zwar wollte ich euch heute also einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um einen Erfolg, den wir finden können unter Quests und dann Warwolf Inn und hier haben wir das Achievement der Salute des Generals. Für dieses müssen wir folgendes machen, schließt die Quest die Entschlossenheit des Generals in Ashka Head ab. Und das ist eigentlich eine relativ schnelle Angelegenheit, es sind tatsächlich nur drei Quests, die ihr erledigen müsst. Zwei, drei Minuten braucht ihr dafür, vielleicht maximal fünf. Und ja, das Schwierige in Anführungszeichen ist, einfach die Voraussetzungen freizuschalten. Ihr müsst nämlich beim Generale auf einen Rufrang von sieben von neun kommen. Das ist eine Unterfraktion der durchtrennten Fäden und sobald ihr das habt, das ist Helfers Helfer. Und dann könnt ihr nämlich hier im Nest der Weberin auf den Koordinaten 55, 41 die Quest annehmen. Dazu müsst ihr dann hier in die Belagungsfestung exakt drei Quests erledigen. Wieder zurück und dann habt ihr euer Achievement. Mehr ist es tatsächlich nicht. Für die anderen Unterfraktionen gibt es selbe Achievements, zu denen hatte ich auch schon Videos gemacht. Ist aber dasselbe Prinzip. Immer auf sieben von neun kommen und dann dementsprechend die drei Quests erledigen. Den Ruf kriegt ihr unter anderem hier, wenn ihr die Main-Quest drei macht, die Side-Quests. Weekly die Rares umhaut, Kisten aufmacht, World-Quests erledigt oder auch euren Vertrag mit dazu nehmt, den ihr durch einen Inschriftler kriegt oder im Auktionshaus auch kaufen könnt. Genau, das ist soweit zu den Quellen des Rufs. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Ruf fahren bzw. bei der Quest. Und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tjola, bis dahin. Ciao.